So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von GTA Online mit dem Floster! Hallo! Hallo! Jo! Wollen wir noch auf den Mount Jail jetzt? Da gibt es auch einen Weg nach oben, auf dieser Seite, okay? Der ist gar nicht eingezeichnet. Falsche! 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 Geh mal da auf die andere Seite des Berges, da hinten, da hat's vielleicht... Ich werd mal da drunter. Ich will da mal runterfliegen, ja? Ich will mit nem Auto runter... Oh, hey, Spielfigur! Fall nicht drunter! So! Ah! Yeah! Wow! Wow! Schade, dass der Ding nicht runtergeht. So steil runter oder so. Wohin willst du fahren? Einfach runter! Okay! Das mache ich gerne mit, denn das sieht halt mein Auto aus. Okay, mein Auto ist noch ganz gut in Schuss. Also ähm, im Singleplayer hat man eigentlich immer wieder, dass man, wenn man das Auto zuerst stört, dass man unten ankommt, also die Karosserie ankommt. Ist das nicht so oder ist die Karosserie einfach besser hier? Ja, ich hab nen höheren Spoiler bekommen, mein Kofferraum geht auch. Indem du den Kofferraum öffnest, wow! Gell, Kofferraum und so alles kann man nicht, äh, Verbindung zur Sitzung kann nicht hergestellt werden. What the fuck? Bist du rausgefloppen oder was? Nee, ich bin jetzt so da drin. Keine Ahnung, was es gerade war. Ah, vielleicht einen kurzen... Blackout von meinem PC. Von deinem PC. Mafia! Uh, du kannst den Zug einsteigen? Einsteigen nicht, aber draufgehen. Draufgehen. Ähm, mit dem Singleplayer kommen, glaub ich, mit dem Zug fahr... Vor allem mit der Strassenbahn. Das war bei San Andreas so, du konntest ja einsteigen bei der Bahn. Aber in der Strassenbahn da nicht. In San Fioro. Ah, es ist einfach richtig. Stimmig hier. Ich mag die Gegend. Also hier, wo es wieder weggetaus... ...wegetaus... 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 ...besser ist... ...ehm... ...eine Rakete. Ich will in die Rakete. Ich will in die Rakete. Schade, dass es nur aus dem Marketing Exemplar ist. Was Raketen? Ich will in die Rakete und auf den Mond. Kann man das Rakete ja? Ja. Also auf dem Minecraft Server kann man es bald, gell? Kann man auf den Mond. So ähnlich. So ähnlich. Also, ein Ding hat gesagt. Ähm, Melko Koeman hat gesagt, er würde so einen Mond machen mit Worldedit. Mit Endstone. Sollen wir eigentlich echt bei GTA 5 über Minecraft reden? Was? Sollen wir bei GTA 5 wirklich über Minecraft reden? Ja, wieso nicht? Nein, also... Ich habe jetzt nur gesagt. Als Beispiel. Oder sonst. Was gibt es für ein Game, wo man auf den Mond kann? Was machst du jetzt da unten? Aha, abschießen. Hey, nicht auf meine... Ich stelle es auf Rechnung, gell? Man kann es irgendwie... Kann man... Habe ich überhaupt mein Auto versichert? Wahrscheinlich schon, oder? Das ist Standard. Das ist automatisch versichert. Und kommst du jetzt hinterher. Ich will mal probieren, wie es geht. Du hast die Pneus gar nicht getroffen. Du hast nur drauf geschossen, oder? Ah, jetzt. Es ist kein Platz. Ja. Doch, ich habe recht. Ja, jetzt hast du den... Okay, fahren wir so. Dein Pneus vorne ist auch sehr krumm. Deine Felge. Ja. Ja. Vollbremsung. Ja, es schlittert gar nicht so. Es ist eigentlich noch gut zu fahren. Einfach ein bisschen langsamer. Aber das ist auch viel besser geworden, wenn du nur ein Blattfuß hast. Dann kannst du auch besser fahren. Jetzt habe ich zwei... Ah, du hast die beiden linken. Okay. Jetzt habe ich zwei... Zwei Felgen. Ich kann die anderen Seiten auch noch machen. Bitte, Sir. Ich will mein Auto einfach mal... Cool. Ähm... Frisieren. Yay. Ne, darüber habe ich nicht getroffen. Ja, ich war noch vor... Hä? Jetzt. Danke schön. Schlitter. Wie sagt man dem Race, wo man so fährt? Es gibt so einen Race, wo man mit Felgen fährt. Bahnhaus oder keine Ahnung. Ja, weiß es nicht mehr so. Es ist halt so amerikanische Bullshit. Soll ich jetzt das Auto versenken oder soll ich das irgendwie neu bestellen? Ich kann nicht. Ich komme nicht mehr vorwärts. Ja, wenn du ein zerstörstes Auto, dann musst du ihn abholen. Okay, wenn ich jetzt hier so... Aber dann muss ich weiter weg. Also fahr mich mal ein bisschen. Ja, dann musst du schon weiter weg. Fahr mit mir. Dann mache ich das mit mir auch mal. Wenn ich glaube ich lange F drücke, dann kann ich dich rauswerfen. Echt? Aber nicht mit meinem Auto, oder? Ich glaube, dein Auto ist dann zu, also dass du nicht rausgeworfen wirst. Aber wenn du in einem fremden Auto bist oder Ding dann nicht. Geh mal hier an das Ende von dieser rechts da. Es ist rechts so eine Halbinsel. Rechts eine Halbinsel. Geh einfach hier rechts. Ja, hier drüben. Aber nicht in die Tanken rein. Es ist explodiert. Wow. Nette Halbinsel. Da gibt's doch auch eine Mission davon. Ja, kann sein. Ein Ding gibt es im Singleplayer, habe ich so einen Peyote-Caktus gefressen hier. Ah, ich habe es nicht gefressen, aber angeschaut. Ja. Dein Auto sieht auch schlussisch demoliert aus. Machen wir das mit mir auch kurz. Oh. Okay, jetzt ruf mal dein Auto. Oh. Oh. Ich bin auch besoffen. Ähm, Telefon? Nein, ich will keine Einladung. Kann ich das nicht irgendwo abstellen, dass die mir immer die Dinge schicken? Ähm, das weiß ich gerade. Doch. Äh, Benachrichtigungen musst du in Einstellungen, äh... Was alles machen? Benachrichtigungen. Musst du in Einstellungen einstellen. Einstellungen. Benachrichtigungen. Snap Magic heißt das oder so. Weiß ich nicht mehr. Snap. Also Telefon Benachrichtigungen. Statistik Benachrichtigungen. Crew Neuigkeiten. Freundes Neuigkeiten. Social Club. Spiel Infos. Store habe ich aus. Nachrichten Häufigkeitssinn. Ich mache mal... Äh, du musst Einstellungen am Handy machen, ne? Okay. Du sagst eine Einstellung. Ja, am Handy. Ja, in den Handy gibt es auch eine Einstellung. Klingt dann Hintergrund Snap Magic. Schnell, Start, Aus. Ist das jetzt aus oder was? Okay, ich habe 100 Euro zahlen müssen. Das ist Fläche. So, und wie machen wir jetzt die Mechanical? Ähm, Kontakte? Mechanical. 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 I'm on the clock. What do you want? Some wheels? I'm on the clock. I'm on the clock. Ähm. Wählen. Cheater. I'll bring it by. Springen vorbei, okay. Hey, du. Hallo, Schätzchen. Hallo, mein Schätzchen. Das bin ich nicht. Äh, f*** mich nicht. Au, 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 au-au-au. Jetzt hab ich ne ». Mein Brustkasten ist zertrümmert. Das schöne Gebilde von meinem Auto Kann der eigentlich jetzt hier hinfahren? Oder was ist los? Du siehst es an der Karte wo das dann steht Wo das steht? Auf der Karte ist gerade gar nichts Da auch eine Weile kurz Easy Aber ich glaube so lange auch wieder nicht Ja ich bin halt auf der anderen Seite der Map-Up Eigentlich brauchst du nicht lange eine Minute oder so Oder eine halbe Minute Ja aber jetzt sind es zwei, drei Minuten Hm, aber das geht Da ist, ah nein das bist du, das weiße Das sieht aus wie so ein Auto Ein Auto ist dort, aber das ist dort hinten Dort hinten Aha, ich dachte das Auto sei irgendwie ein Rennen Also so ein Ding Da vorne muss mein Auto sein Lass es ab, lass es Ja, das sieht, das ist gerichtet Da hat einfach mein Auto hier hingesetzt an den Strand Ohje Oh cool, Zölte Schau mal, schau mal das Wasser hier an Voll cool, Südsystem Na, da geh ich jetzt nicht weiter Wieso ist diese Felsen hier im Weg Da gibt's noch Inseln Hm Guten Appetit Danke Schön Ah, schau mal das Wasser so richtig blau Okay, dann schauen wir mal weiter Mit der Seilbahn kann man wahrscheinlich online nicht gehen Oder? Äh, mit der Seilbahn Aus dem Singleplayer Ich hab den Ich hab, musste warten Warten Und da hab ich gemerkt, dass ich zahlen muss Weißt du, man muss nicht unten zahlen oder so Man muss in der Kabine zahlen Hätte ich das gewo- also hätte ich die Einblendung gesehen Ähm, ja Ja Hätte ich natürlich früher drauf kommen können Wow Wow, schöne, schöne Landung Ich hab sogar noch oben parkiert Wow, das ist kaputt Ja, das Wenn man es nicht ganz gut sieht Und alles Auto Ah, hier ist eine Treppe Ich führ nach vorne ins Bier Die, 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 die Sounds sind auch gut auf diesen Brettern Es ist alles gut, aber Das ist speziell gut Hier ist ein Monster Truck Aber nur ein normaler Also so ein Lander Pickup Gibt's auch so ein Ähnliches Das ist von VKBs oder so Es gibt noch ein Spezi- also ein Ding von einem Rennen, ja Ähm Oh, dort oben, dort oben bin ich Ich hab noch gar nichts gegessen, ne? Ja, ich hab auch fast nichts gegessen Und es ist ja schon Das ist ja mein geiler Blick Es ist ja schon sicher, ähm Ein Uhr oder so Ich hab jetzt gerade keine Uhr so Aber da hinten Äh Ich seh gar nichts Eine und halb zwei Uhr Kann das sein? Ja, schöner Blick, hä? Wahnsinn Und mein Auto hat schon wieder Schmuck Schau, schau, schau Schau dir mal die wunderschönen Dreckstreifen auf meiner Auf meinem Hinten, äh auf meinem Ding Wo? Da hinten im Rückding Ähm, meinst du nicht deine Scheibe? Ja, die Scheibe sieht auch schön aus Aber dieses Dreck da beim schwarzen Unter der Scheibe Unter der Rückscheibe Siehst du nicht? Das ist dein Grundrohr Ja, aber ist Dreck nicht bei dir? Okay, bei mir ist Dreck Hinten ist auch Dreck Das ist ähm Irgendwie so Kleber oder so Das ist hinten Schön, kannst du dir ja dann schauen beim Bei der Aufnahme Hä? Da hab ich mein Auto nicht hier bestellt Mein Gott, da muss ich mein Auto festhalten Oh, sorry Sorry, komm Ja Ich hab schon lange ja Okay, die Ding kommen immer noch Ich muss wahrscheinlich das irgendwie ausmachen können Das ist nicht mätig Wenn es überhaupt nicht mätig ist Wo ist dein Auto? Nimm noch nicht hier Hä? Hä? Mein Auto ist nur Mein Auto ist noch da oben Aber ich hab's doch grad herbestellt Diese Mechaniker taugend für nichts Mechaniker? Eingehoben Schau mal der Weg ran Richtig nice Hübscher Weg Hübscher Weg Was ist das? Ah, das ist die Seil Hier gibt's auch noch eine Seilbahn Ah nein, das ist die Wir sind schon hier drüben Ja, das ist die Wir sind bei der Ah, die Die ähm Stadt ist ein bisschen Nach links Okay Bisschen westlich vom Berg Mach mal Ähm Die Markierung Wieso habe ich eine Markierung hier? Ja, auf der Karte Ja Was ist da? Ist weg Äh, du hast die Markierung weggemacht Ja, was ist dort? Du sollst da hinfahren Ja Da ist mein Auto Aha Ja Also kann ich nicht dort oben parkieren Du musst genau dort unten Äh Das hat mein Kartecker gebaut Ich hab ja Ja schon ABM Dass du auch hin hinlaufen kannst Ich will doch schön Ich will doch ordentlich sein Wir sind hier in einem GTA Autodiebstahlklau Simulationsspiel Da muss man sehr schön parken Weisst du? Man muss simulieren So Parkiere ich hier Siehste? Man muss doch ordentlich sein Man muss sich an die Straßenverkehrsordnung halten Ich wollte eigentlich überfahren werden Aber danke Da ist noch eine Anhänger Ey, ich will eine Anhänger Okay Oh, coole Karten Sind das Generals Generals Oder wie die heißen? Mal gucken Emperor Ah, Emperor Ja, Emperor Aber es gibt noch Generals oder sowieso Und dann gibt es noch mit F Fenneral Fenny Irgendso Die sind ganz schlecht Also wenn es geht San Andreas sind die ganz schlecht Oh, es sind sogar Leute oben Und wo sind die Gondeln? Sind hier gar keine Gondeln Schade, also da geht es online nicht Ja Also Leute, ihr könnt Ihr könnt im Krankenhaus warten Ohohoho Ohohoho Die ist sofort tot Dein Geistes-Shooter ändert sich Nur wenn ich eine unschuldige Frau getötet habe Ohohoho Das ist der Böse Ja ist mir egal, also im Let's Play möchte ich ja mal böse sein Aber irgendwie will ich danach wieder nett sein Sorry, ich entschuldige mich Kann man sich entschuldigen Aktion Kann man glaub nicht Gesacht-Gesichtspanne Ja Kapitulation Uuuuuh Hände hoch Pst Pst Fotografie Nein, das ist nicht so DJ Yeah Luft synthesizer Genannt am Lippe E-Cola E-Cola Und wo bin ich jetzt? Wieso tue ich mich Wieso tue ich verneinen wenn ich E-Cola trinken will? Habe ich keins oder was? Ähm, glaub nicht Pisswasser habe ich Ich sauf jetzt mal ein bisschen Pisswasser Ich finde den Namen so richtig cool Cool, also Weil Pisswasser ist glaube ich in GTA 3 entstanden Oder Es ist spät Vor allem In GTA San Andreas gibt es glaube ich in der Pisswasserfabrik Wenn dann ist es Sprunk gewesen aber Ja Also schade geht hier nicht Gehen wir mal zum Holzfäderlager Was hast du mit meinem Auto gemacht? Wie war das mit Spät einparken? Hahahaha Ist das die Holzfäder? Ja das ist Holzfäderlager Ah da geht's rein Hm Sieht irgendwie ein bisschen anders aus, oder? Ich dachte es ist größer Oder gibt es noch eine andere Fabrik die größere? Das ist glaube ich noch etwas anderes Ja ich gehe nicht da Weil wahrscheinlich ist sie da oben Kennst du auch denn Ähm Easter Egg Wo So eine kleine Hütte ist Und da steht ein Auto drin So ein Kampfauto Für Zombies und so alles Ja das muss man zuerst freischalten Aber nur im Singleplay Echt? Ja okay das wäre auch online Vielleicht ist es auch online einfach dort Aber Ja das Zombie Fahrzeug Das muss man im Singleplay freischalten Ob Sonnen Freischofball Was schadet Ist da so oder so Weiß ich nicht Ja da oben ist eigentlich nichts Da drüben Wie kommst du da hoch? Ich komm nicht mal hoch Das liegt bestimmt an deinem Aufroad Aufroad Ähm Räder Weil ich habe Sportwagen geredet Ich wollte extra wegen dem Aufroad Räder haben Das sieht doch cool aus Wenn man mit einem Ferrari Aufroad macht und so Was ich will Ist doch ein Bootuntersatz Also dass man So ein Bootuntersatz rausfahren kann Und dann auch noch Ding und dann noch Flügel ausfährt Und ja Allgemein So So Wie kann man ein Spondanes Rennen machen? Über Handy glaube ich Oh nein! 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 Auf Jobsuche Wie kommen wir da wieder raus? Boah bin ich schnell Schön dass dort so Tank-Dings sind Dass er so Wasser behält Und eben Den Stoss auch abfangen Hookies Boah Das genau wollte ich probieren sehen Schau mal die Toiletten an Diese Clothes hier Diese Clothes Kommt die auch umwerfen? Tixi Clothes in einem Haus Okay Äh ja Fahr rückwärts Boah Diese Möcken hier Oder ähm Bienen Schau dir mal die Tixi Clothes drin Schau dir mal die Tixi Clothes drin Ich muss einparken ja Ich muss auch mal einparken Ja Du musst auch mal einparken Ja genau Jetzt hast du aber auch Ding bekommen oder? Dass solche rote Ringe Das ist der Tank-Quad Der mochte das nicht so Ja das ist mal auch ein bisschen logisch Dass wir das nicht machen Ja es ist Es ist doch nur Okay jetzt schiesst er auf mich Ah nein er schiesst auf dich Aber hat mich getroffen Und der kann ich fahren Ja Ja der hier nennt mit mir Der ist bei dir ausgewischen Und hat da nicht mehr Ähm Ding können Gehen wir mal in die Armee Basis oder? Können wir mal Nein ich überlebe nicht lange Ich werde jetzt einfach mal Testen Ja ich kann ich bin drin Ich bin drin Das erste Mal Ich habe es noch nie getestet Ja mit dem schnellen Magen geht es viel besser Kommen wir holen einen Cheat Äh Kommen wir holen einen Hydra Sind aber nicht hier Ja sie sind nicht hier Schade Boah fand ich das witzig manchmal in den Livestreams Als GTA 5 erschienen auf den Konsolen Ähm Also auf den Low End Konsolen hat äh Einer Livestreams gemacht Und ich war immer wieder dabei Das war so cool Wie ich rausfliege Ich laufe Kilometer weit raus Drehwurm habe ich bekommen Auszeichnung 100 Reputation Punkte Oh fuck ein Ich sterbe gleich Ja ich sterbe jetzt dann auch Ich ertrinke mich Ich kann nicht ertrinken Komm runter Geh runter Geh runter Ich will ertrinken und nicht erschossen werden Ah dieser scheiss Helikopter Mann es ist zu niedrig hier Ich rufe Wen soll ich anrufen Es gibt doch einen in dem man die Thunders Level Ja aber das musst du aber auch noch reinschreiben Ja es geht nicht Es ist zu wenig Mann die Die knallen mich ab Die Affen Wieso knallen die mich ab Ich hab ja auch gar nichts gemacht Hey Ich bin unschuldig Ja eigentlich haben wir ja auch nichts gemacht Ja wir sind nur eingebrochen Bulle Ich gehe da ins Häuschen Genau ich gehe ins Häuschen Und wir sterben Oh da sind aber viele Bullen Oh Langsam ist die Folge vorbei Und ich bin jetzt noch einmal Jetzt ist es noch einmal spannend Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen länger machen Genau ich geh jetzt unten drunter Hupel überschlagen Drehwurm 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 So Hier können sie mich nicht Doch sie können mich abschieben Ah jetzt Jetzt nicht Wilhelm braucht LOL Da hat einer mich abgesnipert Ich bin tot Wilhelm braucht man Braucht man Dass es Weg ist Die 4 Sterne Ja du musst zuerst mal unter der Sichtgradius Und dann geht es relativ lang Bei 5 Sternen Wo bist du? Hast du Ich bin gerade außer Sichtweite Deswegen Geht dich irgendwo gut verstecken Und dann warte Dass die die nicht mehr finden Ohohohoho Jetzt haben sie mich gefunden Ich bin tot Ja Aber easy Ich will unbedingt das Maschinengewehr wieder Das Minigun Ich will die Minigun Kann man die kaufen? Denkst du? Ähm Ja Aber du musst glaube ich einen Rang haben Ja Schade Oh Schön Wieder diese Ähm Diese Ähm Diese Lichtkreise von der Sonne Regenbogen Grün Grün und Blau Ähm Eigentlich möchte ich ja irgendwo ein Out-Hoc laufen Bist du im Out-Hoc oder leist du? Nein ich laufe Ähm Mechaniker Ich bin ja gerade gestorben Ich bin ja gerade gestorben Nice So Ähm Da komme ich mal zu dir Ja Weisst du wie man Carbrio aufmacht? Ja Schau nochmal kurz Nein Fahrzeug allgemein Ducken Monster Stunt Auto Handbremse Hubfahrt Vorderbremse Maustörung Geht das gar nicht? Oder was? Doch das geht eigentlich aber ich weiss nicht wie Mit einer Tasten-Kombination Ja das werde ich dann bis zur nächsten Aufnahme kurz schauen Ich bin Level 5 schon! Cool Ja Hätte ich dir auch sagen können Weil letztes Mal bis so eine Mechanik angehört gewesen Ja ich habe es nicht Also ich habe wahrscheinlich etwas anderes gerade Nicht mitbekommen So Ja Ist gut Das war Ähm Ding Die Stopp So Also dann Ähm Bis zur nächsten Folge Wir fahren jetzt gegen Sonnenuntergang Und ähm Dankeschön für's Schauen Tschüss Leute Tschüssi Welich Ich habe oft hier Vielen Dank.